Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ 6. Geh, komm, schau, geh da runter, dummes Ding. Ich weiß nicht genau, wie ich das einstellen kann, dass es gleich unten ist. Die Zeit, die mir angezeigt wird, die bei euch, glaube ich, im Video nicht zu sehen ist. Ja, die versperrt mir nämlich da oben die Sicht auf diese Teile hier. Ja, das ist schon die neunte Folge, wir sind im Mittelalter und wir haben vier Städte. Und ich bin eigentlich kurz davor, auch die fünfte noch zu bauen. Da haben wir schon einen Siedel, der fast fertig ist. Und ich überlege gerade, wo ich den hinbaue. Ich habe echt keine Ahnung, ich würde fast sagen, nach London hier. Ja, das ist schon sehr nah bei Paris. Vielleicht doch eher da oder raus nach Edinburgh. Hier, hier auf den Hügel. Da gibt es relativ viele Ressourcen. Und 1, 2, 3 bis nach London runter geht's. Aber das ist nicht da. Ich will nur schauen, wenn da, hier an diesem Fleck, auch ein Süßwasserzugang ist, dann machen wir vielleicht hier, ich weiß nicht genau, ob das zählt, weil da ist ein See. Ich bin mir nicht sicher, ob das da als Süßwasserzugang zählt. Na, das werden wir dann schon sehen, wenn wir dann den Siedler haben. Das wäre sicherlich am besten, weil da haben wir die gesamte Info drinnen. Was machst du? Noch mehr von diesen Dingen. Und auf der anderen Seite bauen wir Campi. Irgendwo bei viel Platz haben wir dann nicht mehr für den Campus und für anderes Zeug. Darauf können wir noch, da können wir noch einen Campus dann herbauen oder irgendein, irgendein Dings und da auch. Ich weiß nicht. Wenn ich dann noch ein Dings herbaue, ist noch ein halber Wohnraum und Nahrung eines. Aber dieser Feudalismus-Bonus, den ich jetzt habe... Ah nein, was war da? Feudalismus... Oh, der Feudalismus... Gibt es doch einen... Ah, der Feudalismus-Bonus, der dann kommt. Das war's. Bauernhof-Modernisierungen erhalten jetzt plus 1 Nahrung für jede angrenzende Bauernhof-Modernisierung, wenn drei Bauernhof-Modernisierungen aneinandergrenzen. Müssen die dann nicht nur so ein Dreieck sein oder genügt es, wenn drei hintereinander liegen? Es müssen aber drei sein. War mühsam. Ich habe viel Platz mit Bauernhöfen zu Müllen. Gut, wir können da noch erweitern. Ja, Pfeff drauf. Machen wir gleich. So, irgendjemand kann ja befördert werden. Du. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir erst, wenn du verletzt bist. Schießen, wir haben vorher noch. Ah, verdammte Schneiderhörer. Nach welchem Prinzip funktioniert das? Funktioniert das nach irgendeinem Prinzip? So, da hier und wo noch ein Sägewerk. Jetzt habe ich schon mal immer noch ausschießen können. Ach ja, das wäre super. Ne. Ich werde mal stehen. Das ist befördert worden. So, gehen wir mit hier auch noch da rüber. Vielleicht fast. Ja, unser Händler ist fast in Lungsee. Was bauen die da? Die große Mauer oder was? In die Wüste Gobi oder wie? Oh, ich werde ihn gleich gekillt. Das war nett von uns. Da drüben habe ich noch gar nichts gebaut. Äh, Idiot. So, jetzt können wir gleich mal schauen. Äh, nicht einmal da ist es. Sollen wir es trotzdem da bauen? Oder bauen wir da her? Nach, äh, was wäre das? Liverpool? Warten wir mal hier her bauen. Eins, zwei, drei. Äh, zu dem Fisch kommen wir nicht mehr. Aber zu dem Wal kommen wir schon. Die Fische und wir kommen auch zu dem Eisen. Gehen wir da her. Finden wir. Ah, da passt man tatsächlich in das Sägewerk. Ah, das Sägewerk hat mir eine Bonus gebraucht. Dass ich nun ständig über einen Vorrat stand. Dass hier der Planken verfügt, wie so eine Schiffindustrie. Ah, Schiffindustrie wird dann besser. Finde ich gut. Finde ich gut. So, Galera, du brauchst nichts. Okay. Das ist kein Gegner mehr da. Machen wir jetzt mal die Beförderung. Ah, der hatte noch keine. So, machen wir die natürlich. Ich weiß nichts. Danke, das ist die beste Verteidigung, oder? So, dann machen wir dir mal einen Campus. Allerdings muss ich zugeben, dann kriegt der Campus einen Bonus bei Dschungel und Bergen, oder? Das ist ja absolut absurd. Vielleicht doch keinen Campus. Was ist das da? Ein Handelszentrum. Ich suche die nicht weiter, weil das ein Feld liegt. Achso, der muss da durch den Wald, weil der verdammte... Oh, der hat noch einen Weg abgeschnitten, die Kröte. Sowas aber. Sowas aber. Eins, zwei, drei, bis zu dem Feld drauf kommen wir. Was sollten wir da mehr? Ah. Wir könnten auch einen Markt bauen, einfach nur. Industriegebiet. Also, Industriegebiet bringt nur was neben Minen. Ich habe nur da die eine Mine. Da könnte ich es natürlich herbauen, rein theoretisch. Da oben könnte ich es natürlich auch hinbauen. Hm, eine zweite Mine wäre schon etwas Schönes. Da wäre ein schöner Platz für den Industriekomplex. Wie der Römer. Was haben wir da hingebaut? Was ist das? Äh, Verteidigungsmodiferget drei, was? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Was ist das? Tja, was soll man sagen? Für ein Industriekomplex ist aber nie so ein guter Platz. Und für den Campus definitiv auch nicht. Dann bauen wir trotzdem ein Industriekomplex. Schon allein damit wir diese Industriegebäude bauen können. Machen wir die Torre. Okay. So, du wartest hier einfach irgendwann mal kommt eine Stadt her und dann kannst du dich aufbessern, aufpäppeln. Können wir noch Sachen kaufen. Hier Land. Hm. Was brauchen wir mit dem Argus Eis? Kann ich sowas kaufen? Ne. Oh, wir könnten noch einen Schreien kaufen. Oh, wir könnten noch einen Schreien kaufen. Oh. Der bringt nämlich auch Bürgerplätze. Und Argus, ich sehe jemanden, der zu wenig Platz hat. Zu wenig Wohnraum hat. Ich kann ja expandieren. Das hat die neue Siedlung gut im Zuge gewonnen. Hm. Sowas aber. Oh. Ah, ok. Was brauchen wir in Eritrea als nächstes? Ähm. Noch brauchen wir keinen Kornspecher. Du könntest dann ein Industriegebiet bauen. Daher nämlich. Wie schaut das aus? Was da da hinten drin drin drin? Dass ich bauen kann? Nö. Hm. Hafen vielleicht? Nein. Akropolis. Mehr Kultur. Oh. Gib mir diesen Ort, wo wir das hinbauen können. Find ich nicht gut. Einige Städte. Campus. Oh. Wie ist das bei dir eigentlich? Ah. Rein theoretisch haben wir da einen Berg. Da haben wir einen. Da hätten wir zwei. Aber das müssen wir dann das kaufen. Und das kaufen. Haben wir das Geld dafür? Nö. Wo ist das? Wollen wir da an den Campus? An den Campus. Campus ist gut. Das ist vielleicht nicht ideal wie wir die bauen die Dinge. Aber. Bot Shells. Nein, nicht wahr. Wirst du nichts machen. Irgendwo hier müssen diese Parallel kommen. Nehmen wir mal an, dass wir von dort kommen. Ihr bietet uns offene Grenzen. Will ich das? Brauche ich das? Ich hätte ganz gern Seide dafür. Freunde, dann zwetscht mir alles. Was sagst du dazu? Was, wenn ich dir noch, sagen wir mal, 10 Gold dazugebe? Echt jetzt? Du kannst mich mal gern haben. Dann nicht. Ja, mit unserer Religion werden wir natürlich auch nicht weit kommen. Ich fürchte, die wird so wie der richtige Zorratrismus. Zorratrismus, der im Übrigen in einer Ebene, also eher da in der Gegend Kabul, also irgendwo da in der Gegend ist der Zorratrismus auch wirklich entstanden. So, wenn ich das da jetzt baue, habe ich dann drei nebeneinander, gilt das dann oder nicht? Who knows? Ich könnte natürlich auch da eine Mine bauen und da einen Industriekomplex. Die steigen auch für das? Gelten die Minen da drüben auch, weil das ist auch eine Mine, oder? Ist das eine Mine? Ich würde schon sagen, oder? Moment, sind die alliiert mit mir. Was wollen die an einem Campus? Von mir aus. Team ist der Press. Jawohl. So, los, Schütze. So, sollen wir da rüber gehen, oder nehmen wir an, dass es da ist? Ah, wir können mitkaufen, was kaufen. Ein, ein Missionar, juhu. Zumindest bei uns im Start wollen wir es ausbreiten. Muss ja nicht unbedingt, muss ja nicht unbedingt in der Welt sein. Hauptsache wir haben den Glauben. Der Herr Hoplied. Ob der Stehen, oder geht es nicht weiter. Vielleicht wäre das mit den offenen Grenzen gar nicht einmal so schlecht gewesen. So, was da ausschaut, müssen wir natürlich durch irgendwelche chinesischen Städte durch, wenn wir da weiter erforschen wollen. Oder durch irgendwelche indischen, aber vielleicht eher durch die indischen. Und dann schicken wir da mal eine Delegation. Verkünden wir mal eine Freundschaft. Finde ich gut. Stehendes Heer versucht, eine große Armee zu unterhalten, respektive andere Zivilisationen mit großen Armeen. Schauen wir mal, was hältst du von diesem Handel? Du magst das auch nicht machen. Was, wenn ich noch ein Goldbarhunde dazu gebe? Nix. Hab nicht gern. Ich muss mich einfach so abkaufen für... Was? Ich muss mich nicht mal für zwei abkaufen. Na ja, na dann mein Freund, vergiss es, dass ich gefragt habe. Idiot. Ah, offene Grenzen wollte ich haben. Na, zu spät, Mama, ich steh runter, ist lust. Ich bin in der Nähe, wir müssen ja auch nicht wirklich durchgehen. Mhm. Jemand in Amerika hat offensichtlich das gebaut. So. Na, servus. Gut, ah, wollen wir Athen konvertieren? Das wäre wohl am sinnvollsten. Können wir von da konvertieren? Da, da. Versuchen wir es mal. Hey. Wir können jetzt einen weiteren, einen weiteren Handelsweg bauen. Stimmt ja gar nicht, 3 von 3. Wie sagt das? Kann ich wirklich mal einen Händler bauen? Pfff, Koloss, 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 Koloss. Pfff, nein kann ich ja nicht bauen. Was redet der da? Hm, das wäre eine Handelsweg-Kapazität dazu. So. Wo bauen wir denn hin? Der muss irgendwo neben dem da stehen. In Wirklichkeit müsste man da herkommen. Sechs Runden, kriegen wir das Gebiet gratis. Wo bauen wir zuerst was anderes? Sechs Runden. Brauchen wir eine Stadtmauer vielleicht zuerst? Oder ein Markt? Oder ein Amphitheater? Hm. Markt. Leuchtturm. Ach, wozu brauchen wir noch einen großen Admiral? Wir haben schon mit dem ersten nichts angefangen. Stadtmauer. Hm. Hm. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass uns Rom irgendwo nochmal angreift. Aber ein Stadtmauer hier ist sicher nicht blöd. Stadtmauer und Kornspeicher. Vielleicht machen wir zuerst den Kornspeicher. Oder vielleicht irgendeine Truppe. Wir haben schon wieder ein blödsinniges Lager gefunden. Hm. Jetzt mag er uns nicht mehr. Warum nur? Vielleicht wenn wir mit dem Gandhi gut Freund sind. Sogar ziemlich sicher deshalb. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du machst nichts. Du machst nichts. Du machst nichts. Du machst nichts. Ich weiß nicht warum er immer auf den geht und nach auf irgendeine andere Einheit. Das macht mich total narisch. So. Gehen wir da runter oder gehen wir da rüber? Hm. Gehen wir da mal rüber noch. Scheiße. Finde ich gut. So. Du schaust dir das kleine Flecker da hinten noch an. Nicht, dass da vielleicht tatsächlich noch irgendwas rumhängt. Ah. Für immer befleckt. Ja. Mehr Wunder als dieses Oberhaupt. Das kann nicht sein. Ich habe erst eines. Was redest du da? Strategie erfordert Nachdenken. Taktik erfordert Beobachten. Was auch immer. Das war unsere Taktik. Okay. Bis daher. Da gibt es nichts. Ah. Das ist jetzt unangenehm. Wir gehen einen Schritt zurück. Tun so als wären wir nicht da. Und hoffen einfach, dass es ein blödsinniges Lager nicht verlässt. Aber ich fürchte, da hoffen wir zu viel. Hätte nicht einfach nicht entstehen können. So. Schauen wir mal. Was machen wir als nächstes? Oh. Wir haben zur Zeit irgendwie gar nichts. Wollen wir das Ding haben? Einen Bonus haben? Da haben wir einen großen Wissenschaftler. Die haben noch keinen großen Wissenschaftler gekriegt. Echt jetzt? Finalismus. Aber die haben wir gleich. Finalismus haben wir gleich. Machen wir das. Das Aquädukt haben wir auch bald. Das mit den sechs Politikplätzen könnte noch etwas dauern. Aber wir arbeiten dran. Na ja. Finalismus haben wir nächste Runde. Hey. Es ist ein Missionar. So. Wollen wir den Glauben verbreiten. Ich sehe leider überhaupt nicht, wie viel... Ach Gott. Ich habe ja nebenbei noch ein zweites Spiel gestartet und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man erkennen kann, in welche Richtung das geht. Das ist noch grau. Das heißt, das gehört keinem. Ich frage mich gerade, wie oft ich den Serratismus dort verbreiten muss, damit ich ihn dort verbreiten kann. Na gut, schauen wir mal. Wir haben eine neue Möglichkeit gefunden, unsere Landwirtschaftserträge zu steigern. Haben wir das. Um sie zu nutzen, sollten wir zwei Bauernhöfe nebeneinander auf einem Landstück gerichten, wo immer es geht. Okay. Mit dem Feudalismus wuchs dem Menschen eine eiserne Rüstung, bis er im Kampf irgendwann einem Gürteltier glich. Was? Oh Gott. Was ist das für ein dummer Ausspruch. Gut. Was können wir jetzt? Plus 50% Produktion für Nah-Fairn- und Kavallerie-Abwehreinheiten. Also für Bodentruppen, die nicht schnell sind. Und... Ah, das ist nicht schlecht. Keinen Handwerker mehr leisten. Gut. Ah, die Siedler-Produktion brauchen wir eh nicht mehr. 100% heilige Städten-Nachbarschaftsbonusse hauen wir wahrscheinlich auch jetzt weg. Machen wir mal das mit den Handwerkern und bauen wir ein paar Handwerkern noch jetzt. Jetzt sind die Kosten des Kaufs von Geländefeldern. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Wie können wir das hier suchen? Nein, können wir nicht. Hm. Hm. Es gibt 15% Produktion für Wunder, nein wir bauen keine Wunder, ich meine wir wollen zwar dann den Koloss bauen, Geländefeldung will ich eigentlich auch nicht unbedingt kaufen, wobei das würde ich vielleicht auszahlen, bei Argus unten, nö, oder plus 2 Gold durch Handelswege, mittlerweile haben wir ja schon 3, wir brauchen auf jeden Fall keine Siegler derzeit, so dann schauen wir mal was wir darunter geben, den Wissenschaftler behalten wir uns natürlich, aber da wollen wir noch irgendwas anderes, weil bauen wir jetzt noch defensiver Gebäude, achso, das war blöd, das hätten wir denken müssen, wir hätten doch die Stadtmauer bauen sollen, sonst kostet die wahrscheinlich 6, was hätten wir dann noch, Mittelalter und Renaissance Einheiten kommen billiger beim Bau, hm, Marineeinheiten sind uns wurscht, stop, Fernkampfstärke, hm, nein, lassen wir das so, lassen wir das vielleicht so, achso, nein, müssen Politik bestätigen, so, und wir haben unseren Steckbügel Heureka gekriegt, finde ich gut, so, in Athen haben wir zu wenig, na gut, dass wir den Grundsprecher gebaut haben, oder bauen werden, in Argus haben wir auch schon wieder zu wenig Platz, aber da ist bald das Aquädukt fertig, und dann sollte der Platz auch wieder besser sein, so, so, aber da ist nächstes, wir haben den Feudalismus, was wollten wir da eigentlich erforschen, naja, genau, wir wollten zur Handelsrepublik, uff, dazu brauchen wir noch Söldner und Mittelmeer Märkte, äh, Mittelalter Märkte, errichtet 4 Handelswege, hm, das schaffen wir vielleicht noch, das eigentlich auch, wir könnten beide mal anforschen, die Hälfte, und hoffen, dass wir es dann irgendwann mal schaffen, eines der beiden fertig zu machen, oh, ein Gesandter, das ist schön, wie ist das mit Katar, oh, ich hätte ganz gerne, bei dir, die Chefität, hm, da sind wir Schäfe, da sind wir nicht Schäfe, da sind wir nicht Schäfe, so, machen wir kein Tago, jetzt ist keiner Schäfe, können wir dann durch, oder nicht? so, die Runde noch mal fertig, naja, noch mal, hat das noch immer nicht gereicht, wie viele Leute sind hier zu erotristisch, ach Gott, wann erkenne ich das? hm, ich sehe nicht, wie viele Bürger zu erotristen sind hier, so, ich sehe nicht, wo man das macht, aber wenn irgendjemand von euch weiß, wo man das macht, nur zu, sag das mir, und nochmal, fulderwächt drauf, und nochmal fulderwächt drauf, hm, gut, äh, wie schon gesagt, für heute machen wir Schluss, ähm, ja, wie schon gesagt, wenn ihr wisst, wie man das sieht, wie viele bescheuerte Dinge man hat, dann nur zu sagt mir das bitte, in den Kommentaren unten, bis dann, tschüss euch! bis dann, tschüss!